Mit 1 PS abwärts ins Tal. Kuriose Bilder aus den Bergen von Kaschmir. Eine Mini-Lawine walzt hinab ins Tal. Mittendrin ein Pferd, das vom Schnee mitgerissen wird. Das Tier war mit seinem Besitzer weiter oben im Gebirge unterwegs, als plötzlich ein Teil des Pfades abrutscht. Zum Glück geht es hier mit geringem Tempo und zumindest optisch recht wenig rutschenden Schneemassen hinab. Medienberichten zufolge gelingt es dem Pferd etwa 500 Meter tiefer, wieder auf die eigenen Beine zu kommen. Einwohner eines Dorfes unten im Tal können das Pferd wieder unverletzt zurück zum Besitzer bringen.